hey guten abend heute ist keine ahnung montag klar ja siebte ja das siebte mal indoor cycling mit pit jetzt ist mir das so peinlich weil ich im weltbeste dj hier den namen vergessen habe aber ich glaube du stellst dich mal selbst vollkommen mehr da brauche ich das nämlich nicht mache also heute ja genau so geil vielen vielen dank ja genau und für was das eigentlich ganz gut ist ja noch außer bewegen ganz klar von der figur her ja wenn meine teilnehmer manchmal rausgehen das training war wieder total sein arsch ja und da bin ich mich so froh ja weiß warum das heißt also das training geht voll in de poppes neu und deswegen machen wir das heute wieder so wie im studio auch ja genau ich bin letztlich angezählt waren ja haben sie gehört du fährst schon seit wochen ja dieselbe musik stimmt ja aber weil die kiste halt nur so viel her gibt ich habe aber heute mittag mich mal hingesetzt ja war extra hier ja war extra hier und hab ein bisschen noch ein bisschen gecheckt ja aber ich kann euch sagen es gab mal ein mädel hat über fünf jahre lang 2 cds gab 2 cds über fünf jahre und jetzt hält mich jetzt an welche drei wochen egal ich habe es gemacht also dann würde ich sagen wie du noch mal locker anfangen ihr habt alle was zu trinken dabei euch geht es gut ja das rad stellen wir jetzt nicht mehr also denkt dran schulter tief leichte knick im unterarm habt ja keinen mehr feste bauchmuskeln schöne runde ich habe schon das erste schon getauscht das erste ist raus hat aber ein hunderter beat schön locker ganz ganz leichte widerstand vier minuten 20 sekunden ganz locker und ein bisschen mehr zu Laub ist jetzt zu. Schön dranbleibe. Komm, 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 komm. Ah, ich kenn's noch nicht. Bleib trotzdem mit dem Beat, komm. Taub, 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 taub. Bleib bei mir, komm. Komm, durch zehn. Taub, taub. Schön Schulter tief. Leichter Knick. Fester Bauch. Und dritt. Musik Und leicht raus. Nicht gleich wegfall am Anfang. Ja. Habe ich von vier Cycling CDs das beste rausgeholt. Und in die Playlist geschafft. Okay. Das noch eins von der letzten Playlist. Sieben Minuten. 133er Beat. Komm, Sportstudio. Tapp, 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 tapp. Schlucken. Probiert's den Beat, komm. Ich bin auch nicht ganz wach, hey. Ich bin auch nicht ganz wach, hey. Und probiert nicht zu totzeln. Es sind 133. Komm. Schön ruhig sitze. Obwohl's ballert wie die Sau. Komm. Und. Komm. Kommammel? Vielen Dank. End stein kap. Halbe Beat, Widerstand rein. Der sieht so geil. Komm, bleib bei mir, komm! Und wir gehen vor, zwei, drei, vier und rück. Kipp! 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 Und tief! Wir fahren! Wuhu! Schön ruhig oben. Kipp! Kipp! Wagelebe die Sau! Locket! Ui! Kipp! 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 Wuhu! Kipp! 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 Wir fahren! 맛이 Bleibt schön bei mir, sieben Teile Minuten. Ihr seid im Training, Kürb! Wenn's ballert, gleich gehen wir mit in den Wave. Kürb! Kürb! Verarscht nicht die Musik! Macht langsam, weil ihr fahrt mit den Beats. Wenn's denn nochmal kommt, immer noch nicht, ihr spürt's. Ich manchmal nicht. Aber der ist noch neu! Kürb! 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 Jupp, jupp, hüpp, 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 wir fahren. Brüß, zieh, kipp. Oh, nicht mehr loben, geh. Durch, zieh. Ohne mal nur die Beine, geh. Hör ab. Ohne mal nur die Beine, geh. Schöne, lobe, geh. Durch, zieh, kann man zum Schluss, geh. Und komm, tief, trink was. Das ist was Wichtigste zu vergessen. Runter, komm. Komm, bleib dem geile Beat. Nie im Leere rumhängen. Immer ein bisschen Druck. Tief, tief. 96er Beat. Tief. Komm, komm, komm. Tief. Tief, lobe, geh. Tief, lobe, geh. Okay. Woo! Keep. Kup. Kup. Nur die Beine, Kup. Kup, Sportstudy, Kup. Kup. Kür! Komm, David Chirule! 145, der bietet gleich. Aber wir sind noch hier. Nur die Beine. Arsch ist ruhig. Noch bis ich geh! Küh! Halbe Bein! Ich weiss warum. Komm! Komm! Nur ziehen und drücken. Noch bis zu! Komm! Ruhig schön ruhig oben. Zieh! 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 Komm! 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 Tap! Tap! Küp! Küp! Zieh und drücken. Komm! 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 Tap! 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 Komm! Lohgadu ist sch的话. Ihr könnt mit dem Kopf wackeln, aber der Oberkörper ist ruhig. Schön locker kommt. Durchziehen. Komm. 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 Okay. Hundertfünfte, Chappie. Probiert's immer. Ich hab das selber nicht gemacht. Fahr mal nicht im Stehen. Fahr mal nur im Sitze, wenn's geht. Komm. Liebe Grüße, das ist nicht ein Mädel, das sich Sorgen macht um die Playlist. Jetzt haben wir den Salat. Komm. Komm. Wuh, wuh, wuh. Wuh, wuh. Gib mir noch ein bisschen Druck. Gib mir. Hab ich Laune. Wuh, wuh. Käpp, käpp, käpp. Yeah. Ja. Halbe Büh. Wir gehen nach oben. Käpp. Wuh, wuh. Wir gehen nach oben. Nu er die Beine. Top, 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 top. Y'all wanna play house up, boys? Say yeah. Lug, käpp. Here we go. Wuh. Wuh. Unschlebt Preplai begab. Wuh. 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 10. 2. Drei, 4. Wuh. Wuh. Kup! Here we go! Kup! 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 Nur die Beine! Ich hab's ein Gefühl! Zapp ich ja! Ich hab's ein Gefühl! Wuhh! Wuhh! Bist du! Hier we go! Go! Yeah! Yeah! Woo woooo! Schoen! Woo! Here we go! Schoen locker! Woo! Schoen locker! Woo! Woo! Das sind die Tabletten, wenn du die richtige Tablette nimmst, dann wirst du. Okay. Tab, Tab. Ein Glück hat das Mädchen geschrieben, sonst wird man nach den alten Scheiß fahren. Kommt ein bisschen runter, wir sind anspruchsvoll unterwegs. Kommt! Jetzt können wir ein bisschen Freestyle. Ganz locker. Hüpf. Halber Beat mit Widerstand. Kommt! Rechts, links, rechts, links. Kommt! Kommt! Schön fett! Kommt! Sponschütti, komm! Und wir gehen nach oben. Kommt! 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 Schön locken! Kommt! Wir haben alle Widerstand im Halbe Beat. Kommt! Was passiert jetzt? Gleich! Erstmal nur Freeze. Denkt dran, ruhig, ruhig, köp, 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 schön luke, die nächste Welle holen wir uns und wir in den Doppelbeaten, egal wie am Arsch es sei, köp, 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 köp! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nur die Beine Das merkt ihr Morgen war ein Treppenstein Kommt, da geht noch was Kommt Kept Block Kept Kept Kommt, Kept 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 Hände oben Kept 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 Und tief. Kennt ihr noch? Kamp! Nur die Beine. Bis zum Schluss. Oh, Glückabend. Ja. Okay. Ihr kennt das alle. Chillt ein bisschen ab. Kommt ein bisschen runter. Wir fangen dann gleich mit dem Training an. Das war jetzt nur ein bisschen ein besonderes Format. Der ist halt so. Bleibt schön locker. Achso. Für alle Klugscheißer, die meinen, das macht man nicht. Im 140er Beat im Stehen, macht man auch nicht. Du springst ja auch nicht mit dem Bungee Jumping von 300 Meter Brücken, oder? Also, aber das macht es doch mal den Spaß, Harz. Und genau so ist es hier auch. Also, vergesst die scheiß Kommentare. Brauche ich nicht. Aber konstruktiv immer gerne bereit. Also, schön tap, tap, kipp. Ach, erst mal in der Bühne zu machen. Nur. Lock. Geh. Tap, 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 tap. Wir gehen nach oben, wenn es den Tempelwechsel gibt. Gipp, kipp. Und das ist das Schöne, wenn du die Musik spürst. Da brauchst du nicht. Vier, drei. Brauchst du alles nicht? Du spürst es. Wenn es natürlich neu ist, die Musik, dann hörst du es halt dreimal, dann hast du es drin. Gipp, kipp. Nur die Beine. Gipp. Normal müssen wir jetzt losballern. Machen wir gleich. Aber ich habe noch ein bisschen schwere Beine. Aber wenn es gleich wechselt, holen wir uns mal für zehn. Zehn geile Sekunden. Kipp, kipp, kipp. Neun. Dacht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Lock. Geh. Schöne. Gött. Dose. Wir gehen tief, ein bisschen Widerstand rein, okay, alle die den Raphael kennen, die seine Nummer haben. Ich schicke jetzt mal gute Besserung und viele Grüße machen wir. Nein, zweite Hälfte lasst er weg, aber der freut sich. Kipp, kipp, von daher gute Besserung auch von mir. Hoffentlich bist du bald wieder hier. Wir gehen gleich nach oben, locker. Kipp. Wir gehen noch mal eine Doppelte. Für 10 geile Sekunden. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Halbe Biet. Komm tief. 2, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 19, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 16, 17, 13, 14, 14, 15, 20, 14, 18, 17, 18, 19, 14, 15, 20. Also ihr spürt das an mir oder seht, wenn ihr das so macht, dann ist das so was wie HIT. Die Halt schön verpackt, ihr merkt es gar nicht. Aber wenn ihr gut nachdenkt, denkt ihr, das ist so was. Okay. Kommt. Wir fahren aber im Stehen langsam, keine Doppelte mehr. Kommt. Aber dann im Leeren immer bisschen Druck. Oh komm, tief. So, jetzt hat mich die Playlist verlassen. Jetzt weiß ich nicht mehr, was kommt. Aber, das kann eigentlich nur. Keine Ahnung. Das ist auch ganz verkehrt. Chill dir mal ein bisschen mit mir. Wenn ich sage, chill dir, dann könnt ihr das machen, wie ihr es wollt. Wenn ihr sagt, hey Pit, hast nichts drauf. Dann fahrt ihr halt anspruchsvoll weiter. Wir treffen uns irgendwann mal draußen. Tau. 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 Kipp. Kipp. Tau. 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 Am besten Rennrad. Tau. 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 Kipp! Schö-lo-ge! Tap, 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 tap! Und halbe Wien! Ein bisschen Widerstand, wir kommen nach oben. Tap, 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 tap! Kurze Erholung. Andere Seite. Und vor auf die drei. Ein schönes Fries-Momentchen. Locke, Tanz-Locken. So, komm noch mal hoch. Nur ein Finger. Probiert mal. Tap, tap, tap! Und statt der Diener denke, ich hoffe es geht ihm gut. Der macht das frei händisch, drei Minuten. Wenn ich so alt bin, kann ich das auch. Da bin ich 70. Andere Seite. Und kommt mal tief. Und kommt mal tief. So, das ungeschriebene Gesetz ist, beim Pit fahren wir immer 60 geile Minuten. Keine 58, 43 oder was weiß ich wann die Mercedes-Benz anfangen. So, wir fahren 60 Minuten. Ah, erlaub. Weiß ich jetzt gar nicht, wann wir angefangen haben, aber ich glaube wir haben nach zwei, drei drin. Ah, Musik. Ich weiß nicht mehr welche jetzt. Okay, sag ich immer zum Schluss. Wollt ihr den oder noch Party lieben? Bis jetzt hat sich noch keiner getraut den zu sagen. Nein. Ja, komm 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 Top, 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 komm Noch ein bisschen schnelle Beat kommt Und wir gehen noch einmal mit nach oben Kipp Top, top, top Top, 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 top Top, 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 top Und tief Wir gehen gleich nach halbe Beat Halbe Beat Schöne Wiegeschritt Gleich Also Ihr müsstet mal das Lied kennen Und spürt Was passiert Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal. Und noch mal zum Schluss, komm. Ich weiß. Heute haben wir es richtig fett. Ich habe ja auch schön Werbung gemacht. Für euren Nacken. Aus. Kipp. Bleib. Locker. Kipp. 2, 3, 4, Kipp. Rück. Jupp. 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 Und rück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kipp. Jupp. 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 Wir fahren. So kommt tief. So runterkommt. So. Zu wenig getrunken. Ihr auch, bestimmt. Weil ich zu wenig daran gedacht habe, sie sagen, ihr sollt trinken. Oh, gerade Überlänge. Ich bin am Arsch. Vielleicht ist die Kombination nicht so gut. Also. Vielleicht noch ein bisschen was zur Musik. Ihr wisst alles von GEMA. Aber ich glaube, ich habe es so. Das war eine gute Idee von der Lady. Um mich da anzuschubsen. Weil wir haben eine richtig geile Playlist jetzt da drin. Gutes. Vergessen wir jetzt mal. Aber wir machen noch ein bisschen leiser. Genau. Wir sind ja auch durch. Auf jeden Fall ist es so. Das war Basic 1. Wo ist der Gradiergummi? Das war die erste Prüfung. Ich habe nichts mehr so ein bisschen beigebracht. Wie die Musikstücke verlaufen. Einer der Musik macht, der kennt das ja. Gut, erzähl mir ja kein Scheiß. Also. Das sind 4er Beats, 8er Beats. Und dann gibt es Musikbögen und Tralaloo. Und das erholt sich immer irgendwie. Daher kannst du eigentlich gar nichts falsch machen. Du sollst einfach nur ein bisschen auf die Beats hören. 4er Beats. Probiert es einfach mal. Probiert es einfach mal. Dann habt ihr 3 mal so viel Spaß dran. Wenn das Ballert, ja. Ihr im Beat habt. Dann. Is es. Einfach. Nur. Dein. Wollen wir noch einer machen? Habt ihr noch Bock? Alle hopp, dann drehen wir noch ein bisschen bei. Der geht nämlich wie die Sau. So. Hier ist auch kein Schwein mehr im Büro. Deswegen können wir schnell abgehen. Jetzt köp mit nach oben. Wuhu. Yeah. Schön. Fett. Und nicht im Leere rumhängen. Köp. 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 Schön. Locken. Dann sind wir daheim. Köp. Dann locken wir noch ein bisschen drauf. Wuhu. Schön durchziehen. Einfach nur abrocknen. Passt einen drücker. Ja. Macha'n Síl. Ja. 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 Dann. Ja. Nur die Beine. Das hätte ich nicht geglaubt, ne? Ich auch nicht. Wir gehen noch mal nach hinten. ig Rück Schöp Jöp Schöp Schöp Jöp Jöp Wir fahren. Ja! Wuhuu! Durchsieh! Go! Durch die Beine! schon! Schoell! Jaa... Sch龜! Schrub! Schöp! Rub! 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 Nie bleib team! Wieder schon raus. Wir sind zu Hause. Das war anspruchsvoll, muss ich sagen, die Playlist. Wenn die immer so zwischen 130 und 140 Beats hat, du fährst die 70er in der Hälfte, hast fast keinen Berg drin, das war anspruchsvoll. Okay, nehmt mal das Rad, haltet mal das Rad an. Und komm, nehmt mal, nehmt mal schönes Gewicht nach hinten auf die Ferse. Boah, trinkt nochmal ganz viel. Das ist isotonische Zeug, ja. Von mir aus auch eine Hilfeweite. Geht da was? Also, ne. Kein Karstel, ja. Ja. Drei. Okay, drei. Hier geht ihr nicht mehr weg. Im Autohörblatt ist schön da. Okay, halbe Umdrehung. Am besten ist aber das Alkoholpreis. Da sind die meisten Minerale drin. Mir pennt sowieso gleich weg. Wenn ihr halbwegs mitgeballert seid, wie jetzt habt, dann... Aber zum Runterkommen ist das Nachtgedrängt ganz gut. Okay, noch ein bisschen dem, 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 dem. Okay. Kommt runter vom Rad? Weil wir sind ja schon drüber... Nehmt mal die Beine ober rein. Und denkt an der Raphael, ja? Ne freut sich! Aber ich glaub, es geht soweit ganz gut. Ja, und das stimmt, bald wieder fit. Oh, kein Sau, oder so. Ja, da siehst du mal, du kannst doch... ganz normales mal fängt sich das ist mit dem rad ich habe schon gehabt hat alles jetzt noch neues die bettung wende die ballern ganz schön jetzt aber alles nichts wenn der coroner nicht weg nicht weggeht, dann laufen wir noch eine Zeit lang mit der Maske rum. Und das nicht mit dem Maskenball, sondern so. Okay, dann würde ich sagen, wie gesagt, trinkt was, bleibt gesund, ja, und dann sage ich einfach, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank. Ja, und auch hier, vielen Dank, ja, geile Musik gemacht, schön, laut, leise, wie ich es brauche, ja. Also von daher, macht's gut und tschüss, gell. So, vielen, vielen Dank.